hallo leute zum neuen video heute tue ich eine map von einem anderen youtuber vielleicht finde ich den youtube wieder weil ich erst in den inhalt geschlossen habe ich bin doof so und dann legen wir mal los 1492 1492 das hier ist ein schalter so kann man jetzt den code eingeben wenn man es so hat dann nicht jetzt ist es ein geschlossener hotel habe ich nämlich gesehen gehabt weil ich habe nur kurz ein video angeguckt da funktioniert nichts wenn ich jetzt wieder hier ist offen ist offen nochmals dazu und gucken wir uns die map an die sich schnell mit mir raus oder kann ich gleich mal eine verbesserung weil das geht auch gar nicht ich kann sowas nicht sehen so mal gucken hier ist ein blog ohne bedeutung auch hier willkommen ok was ich schätze nicht irgendwas nie du hast der knopf kann gleich hier ist ne uhr ist besser schick so dass diese schöne schneekopfkissen und jetzt zeige ich euch was diese button der hebe der tischkuh ich habe von diesem jahr das video nicht komplett hier zuckerrohr das könnte könnte man auch automatisieren das sollte ja das ist eine eine form weizenform eigentlich mal gewesen ich würde dann lieber das mal so machen so und jetzt würde ich am besten finden die letzten nämlich da würde ich richtig nicht die oder würde ich Nämlich soja machen. Hier ist Technik. Hm, wie mach ich das jetzt? Einfach zur anderen Seite. Den Baum würd ich dann weghaken lieber. So, dann hat man hier eine Truhe. Sonst müsste man noch ein Item aufzuwachen. So, und jetzt könnte man... Warte, ich mach's nochmal so, dass es im Originalzustand ist. Dann könnte man auch was cooles machen. Aber ich lass es mal. Ich lass es dann erstmal so. So, das ist dann meins. Und dann kann man schlecht pflanzen. Oh, wieso regnet es schon wieder? Ja, weil ich hatte gerade, bevor ihr kam, hatte ich noch schnelles Wasser ausgeschalten. Ach, ich pflanze jetzt mal rote Beete. Hä, wieso geht das nicht? Ach, weil es unter Essen ist. Wo ist er hier? Was war doch hier irgendwo? Ich hab lange nicht mehr... Ach, Kürbisse gibt's dann eben hier. Um zu zeigen, wie mit den Samen so was reicht auch Kürbissahnen. So. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke und dann wieder gleich ausmache, war es dann sinnlos dann. So, werden die Endspiel gespült. Na gut. Teilweise, also der Großteil, wenn man jetzt hier an die Chess guckt. Der Großteil. So. Das wurde hier nur hinten gesteckt. Ach, weil wegen dieser kleinen Kante. Da müsste man das noch eins tiefer setzen. Aber jetzt hab ich die Lust nicht. Sonst wird dieses Video zu lang. Und hier. Licht aus. Und Licht an. Wie wurde das angestellt? Uh, er hat es gut versteckt. Das kann man nicht sagen. Er hat es super versteckt. In den Berg rein? Warte. Hätte ich vielleicht auch so gemacht. So. Und jetzt kommt. Und. Entschließen. So. Und jetzt kommt das, der Teil, wo ich dann aufgehört hab, das Video zu gucken. Also jetzt guck ich auch grad. Okay. Dann ist es bestimmt das gleiche auch. Ja. Hat er hier irgendwas Spezielles reingetan? Kohle. Nö. Ja. Plus Kohle. Also nichts Besonderes. Dann gehen wir gleich hin. Wir bleiben erstmal auf der Etage. Licht aus. Licht an. Schaut gut aus. Fernseher. Grundgestein. Schaut gut aus. Hm. Alter. Hier kann ich... Kann ich... Braten. Okay. So. Hier ist bestimmt dahin rausgesteckt. Nee. Okay. Nee. Ich hab's nie gemacht. Ich hab's nie gemacht. Ich hab's nie gemacht. Ich hab's nie gemacht. normalisieren, was da gewesen war. Das sind Tische... Das ist ne coole Idee. Das sind hier so Tische. Und so ausprobieren. Das ist cool. Da geh ich ein Like drauf. Hier ist nur ein Berg. Oder war das gerade? No. Aus was gehen. Nein, war's nicht alles. Das muss man nochmal was fixen. Lampen an und aus. Ist hier noch irgendwas? Nein. Nein. Da unten. Nein. Da unten. Da unten. Ha. Und kein Video gekauft. Geil. Aber ich geh noch mal zurück. So. Hier ist... Geil. Hier ist. Okay. Und jetzt geh ich. Geil. Hallo. Hier ist es aber. Ich hab's mit dem Kürbiskern. Meiner die Art von dem Kürbiskern. Letzte. Das ist kein EMS. Äh. Das ist... Aber ich bin nicht betäuscht. Sehr dunkel ist es hier auch. Da müsste man vielleicht doch mal ein bisschen mehr mit Fackeln arbeiten. Sie sehen schön aus und da gibt es sogar einen Trick, wie sie noch schöner aussehen. Also ich finde, das Video wird schön. Da ist ein bisschen mit dem Baum auch drin immer wieder. Da fehlt mir natürlich nicht mehr was aus. Hier ist das Gangstausshaar und dann braucht man noch einen Amboss. So, und dann gibt es nämlich diesen Trick. Und dann sieht es aus, wie ob das eine Halterung ist. Ich finde es cool, vielleicht nutzt ihr das. Deswegen... Hier sieht es doch schon viel besser aus. Hier ist eine Tür? Okay. Ah! Also gab es hier doch Licht oder was? Ach... Ach, hier unten... Also gab es doch Licht, aber okay. Dann nehme ich alles zurück wegen der Dunkeln und sowas. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk. Okay. 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 Geil. Cool. Richtig cool. Das ist geil. Das ist ein bisschen Darm hoch. Das ist ein bisschen Darm hoch. Das ist ein bisschen Darm hoch. Das ist sinnvoll. Ohne zwei Lichtschalter geht ja auch gar nichts. Das ist ein bisschen Darm hoch. So, ist hier noch irgendwas? Stäng dich? Wo bin ich jetzt noch raus? Das ist ein bisschen Darm hoch. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Das war's mit diesem Part. Ich hätte gedacht, dass es jetzt ein Haus größer ist, aber okay. Also, das war's. Lasst ein Abo da. Ja. Und dann noch oben ja auch nicht schlecht. Tschau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst euch gut gehen. Und tschau. 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 Tschau.